Hallo! Wie ihr seht, ist etwas Schreckliches passiert. Anscheinend kommt bald das Ultimative. Das Zombie-Apukalypse. Ich musste mich jahrelang darauf vorbereiten. Und ich musste den Zaun leiser stellen, weil man... ...weil man mich da nicht gehört. Jetzt geht es mir. Nein, 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 ich muss den Zaun leiser stellen. T-t-t-t-t-t-t. Fertig. Nur bewaffnet mit einer Faust. Mit einer blauen Faust. Machte er sich auf den Weg. Der Dorf-Vollidiot, der glaubte, die ganzen Zombies alleine besiegen zu können. Ich meine, wer ist so doof? Papa-papa-papa-papa-papa. Hr-t-tar-t-t-t-t-t. Wir müssen es schaffen. Wir müssen immerno R least aus dieser Drecksscheiße heraus, wenn wir mit langweilig. Na. T-t-t-t-t-t Zombies. Oh, hey, du Zombie, ich töte dich! ja übrigens hier sind meine Mitstreiter mein getreuer Freund der Beklopptgewilliger Tötet sie Tötet sie Tötet sie Tötet sie Tötet sie Tötet sie die Tür aufmachen wir haben es geschafft aber es war ein schweres Opfer bekloppte freundlich Storben auch wenn er nicht mein Freund war ich bin ich bin ich etwas zu hören wir haben wohl in den Kuhle ohne Kuhle ohne Kuhle der Schmöhe er hat er er hat er er hat er er hat die Rehreie über die Rehreie die Rehreie erhöhnt Euro es ist so Opa Scheiße ich konnte das so repräsieren du vor die Dote kommen jetzt mal bitte Kondo Trottel G Ich dachte, der Golem wäre das Freund des Menschen. Anteilt ist die Zombie-Apokalypse überstanden, oder? Oh nein, was ist passiert? Wirst du, es ist plötzlich Nacht. Ich kann das nur sagen, warum ist das... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Woher kommen die ganzen Zombies? Wollen die uns alle essen, oder was? Haben die nicht genug zu essen. Komm, beschütz mich, beschütz mich. Beschütz mich. Komm, 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 guck mal hier. Hier, das schöne Zombie. Ja. Super Punch! Aua. Aua, ist das weh. Aua, ich konnte es schaffen, aber dort ist noch ein Zombie. Voll ins Gesicht geboxt. Wir müssen das verrottete Fleisch essen, um zu überleben. Anders haben wir... Wir haben keine andere Wahl. Besser gesagt, ich habe keine andere Wahl, denn der Golem ist ein Vollidiot. Ich kann mich so schlecht bewegen, was ist mit mir los? Okay. Vielleicht habe ich die Zombies gewissen oder sowas. Wieso bin ich so langsam? Komm, was ist mit mir los? Blöde Kacke. Blöde Kacke. Geht... Aua. 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 Aua.